Setzen Sie sich hinter das Steuer dieses SUV und erleben Sie das geräumige Interieur. Dieser Dodge ist aus dem Jahr 2000 und hat 159.000 Kilometer auf dem Zähler. Ein leistungsstarker Benzinmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Im Fahrzeuginnern dieses Dodge finden Sie unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine Klimaanlage und Lederbezüge. Auf der umfangreichen Zubehörliste stehen auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017